Bereits unter den brieftaschenfreundlichen Rennhelm der Spitzenklasse werden wir heute endlich den lang erwarteten HJC RPHA 11 Carbon unserem Straßentest unterziehen. Ich bin Sebastian von Champion Helmets und heute haben wir die neueste Version des bereits berühmten RPHA 11 da, den RPHA 11 Carbon. Dieser Integralhelm setzt sich an die Spitze der HJC Kollektion. Wie könnten wir ihn da nicht testen wollen? Dieser Helm bietet verbesserte Features des RPHA 11, der jetzt etwa drei Jahre alt ist und ist zum Beispiel für ein dediziertes Bluetooth System vorbereitet. Der RPHA 11 Carbon bleibt seinen mittelpreisigen Wurzeln treu und kostet im empfohlenen Verkaufspreis etwa 530 Euro oder 580 US-Dollar gegenüber von 360 Euro oder 400 US-Dollar des Originals. Ihr bezahlt also 170 extra für die Kohlefaserschale. Der RPHA 11 Carbon tritt direkt an gegen den X-Lite X 803 RS Ultra Carbon zusätzlich zu dem AGV Pista GP RR, Shoei X-Spirit 3, Shark Race R Pro GP und dem Arai RX 7V. Bevor wir beginnen, schaut euch auch den Rest unseres YouTube-Kanals an, wo wir die neuesten Motorradhelme besprechen, testen und vergleichen. Die Schale des RPHA 11 Carbon ist aus Pim Plus Carbon gefertigt, was bedeutet, dass ihr eine ähnliche Mischung aus Aramid, Kohle und Glasfaser erhaltet, aber mit einem höheren Carbon-Anteil. Das stellt sicher, dass ihr einen noch leichteren Helm mit etwa 1280 Gramm oder 2 Pfund 13 Unzen in Größe M erhaltet, was leichter ist als der RPHA 11. Der RPHA 11 Carbon ist auch in drei Schalengrößen erhältlich, was durchschnittlich ist für dieses mittlere Marktsegment und dafür sorgt, dass ihr eine bessere und komfortablere Passform erhaltet. Zum Verschließen verwendet der RPHA 11 Carbon ein Doppel-D-Ring-Kinnriemen. Auch wenn der RPHA 11 Carbon noch nicht von Sharp getestet wurde, so hat der RPHA 11 3 Sterne von 5. Da er im Windkanal getestet wurde, hat der RPHA 11 eine sehr aerodynamische Schalenform. Für die Belüftung des Helmes habt ihr ein einstellbares Ventil am Kinn mit zwei immer offenen Ventilen an jeder Seite. Es gibt ein einstellbares Ventil an der Stirn und zwei Auslässe, die ebenso immer offen sind. Das Visier ist für Tier-Offs und Pin-Locks vorbereitet und die Pin-Lock wird zusätzlich zu einem dunklen Rauchvisier mitgeliefert. Das Futter des RPHA 11 Carbon ist HJCs Multicool Liner. Dieses ist herausnehmbar, waschbar, antibakteriell, Feuchtigkeit ableitend und ist für Brillen passend. Zuletzt bietet der Helm Notertriegelungs-Wangenpolster und ist für das Smart-HJC-Bluetooth-COM-System vorbereitet. Wenn ihr unseren Straßentest nicht kennt, hier eine Auffrischung. Links haben wir ein Thermometer, welches die Helminnentemperatur mittels eines Sensors oben im Helm misst. In der Mitte haben wir ein Dezibelmeter, das die Messungen eines Mikrofons in der Nähe des Ohres unseres Fahrers zeigt. Rechts haben wir ein Anemometer auf dem Handy, um die Windgeschwindigkeit zu messen. Zuletzt gibt es unten die Geschwindigkeit unseres Fahrers und die Außentemperatur. Wir haben den Test bei 130 kmh oder 80 Meilen pro Stunde auf langen Autobahnabschnitten durchgeführt. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit des Tages lag bei 130 kmh. Die Außentemperatur während des Tests betrug 28 Grad Celsius oder 82 Grad Fahrenheit, während die Helminnentemperatur auch 28 Grad Celsius betrug. Also kein Unterschied, was großartig ist. Da der RPHA 11 ein Sporthelm ist, könnt ihr ebenfalls erwarten, dass er in einer Sportposition noch besser bei der Belüftung ist. Wie ihr sehen könnt, zeigt der Dezibelmeter 102 dB an, was gut ist für einen Sporthelm, insbesondere, da er nicht entworfen wurde, um Lärm zu dämmen. Also insgesamt bietet euch der Helm Fahrspaß und großartige HJC-Qualität. Unser Fahrer fand, dass der RPHA 11 Carbon sich sehr gut schlug und die ganze Fahrt über sehr komfortabel war. Er erwähnte auch, wie stark die Belüftung des RPHA 11 Carbon war und dass HJC einen bewundernswerten Job gemacht hat. Schauen wir jetzt, wie viele Sterne der RPHA 11 verdient. Für das Material erhält der RPHA 11 Carbon 5 Sterne, da er aus Kohlefaser in drei Schalengrößen gefertigt ist. Beim Gewicht gibt es 5 Sterne für den RPHA 11 Carbon bei einem Gewicht von nur 1280 Gramm in Größe M. Da das Visier für Pinlock vorbereitet ist und diese mitgeliefert wird, erhält das RPHA 11 Carbon Visier 4 Sterne. Da auch die Belüftung im Helm stark ist, ohne Unterschied zur Außentemperatur, verdient der RPHA 11 4 Sterne. Für die aerodynamische Schale und großartige Stabilität erhält der HJC-Helm 4 Sterne. Zuletzt gibt es beim Komfort großartige 4 Sterne für HJCs Multicool Innenfutter. Insgesamt bedeutet das, dass der RPHA 11 insgesamt 4 Sterne verdient, mit einem Wert von 20 Euro je Stern, was ihn zu einem sehr budgetfreundlichen Helm mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis macht. Wenn ihr den RPHA 11 Carbon kaufen wollt, nachdem ihr die Leistung auf der Straße gesehen habt, kommt auf ChampionHelmets.com, wo wir eine Niedrigpreisgarantie geben und Bundle-Angebote mit kostenlosem Visier oder einem ermäßigten Kommunikationsgerät bieten. So, das war der RPHA 11 Carbon auf der Straße. Auch wenn er mehr kostet als der normale RPHA 11, so hat er viele großartige Rennfeatures und bietet ein großartiges Preis-Leistungsverhältnis. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert uns für noch mehr datenunterstützte Straßentests und lasst uns in den Kommentaren unten wissen, was ihr denkt. Ich bin Sebastian von ChampionHelmets und bis zum nächsten Mal.